unglaublich hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge dead by daylight hoffentlich bleibt die captain diesmal drin hoffentlich zu viert ja 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 mal die die clodette hat das gleiche an wie ich aber die hat eine coolere frise nein der hat so eine oma frisur du hast eine oma frisur ey der schrott platz ist auch okay ja hoffentlich mal gegen 9 also nicht in den neuen killer sondern gegen einen neuen killer das wäre schon mal was du meinst einen anderen killer na wer bist du denn ey was willst du hier komm hoch ab ich höre schon zum naja die rente richtung ausgang ist vorbei immer wieder die alte trollei die wollen die jetzt alle spielen das sieht ja aus immer dann gleich lecker das ist wie wenn man eine neue freundin hat da will man immer mit der spielen weisheiten die weisheiten des mußes nein ich leck schon wieder random wieder ne wie immer unzuverlässiges pack einmal mit profis ich sag's dir der hat's knallen lassen fuck und mir rennt sie hinterher ja gut ist sie wenigstens beschäftigt ne die ist aber nicht hinter dir her jetzt doch 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 pass auf ach verdammt eingeschränkt eibensamen gebräu what the fuck was das denn was bedeutet das denn ich habe sogar skyrim geklaut eingeschränkt jetzt habe ich hier so handschellen ja ja jetzt bin ich nicht mehr eingeschränkt also sie ist nach links weg ich glaube sie verfolgt jemanden zum generator die ist gerade nicht voll kein sie ist vor mir dieses leise über dinger steigen ist so viel wert echt macht eine barriere sie ist jetzt bei dem gas himmel jetzt könnte man ich glaube ich abhaken da kommt der muskel sprints danke danke ange ich habe hier muss ja lass mal hinten heilen also hier rechts mit diesem fähigkeitscheck weil bei mir geht das gerade echt schwer ja die irgendwo muss ein totem sein glaube ich auch oder es ist halt einfach nur ein perk ohne tote so da sind wir wieder fit das war ein generator also auf jeden fall wenn ich jetzt rausfallen habe ich wenigstens schon mal ein generator gemacht du gibst jetzt vollgas hier die zählen auf dich du bist jetzt am start da hinten ist auch sehr weit weg ich bin auf der anderen seite ja ich gehe mal zudem ist halt blöd wenn er mir nicht sagen kann wenn die gerade weg ist und es dann genau gut wäre zu gehen das stimmt wohl wenn sie bei mir ist kann ich ja bescheid sagen dass sie bei mir ist dann ist sie ganz weg ich habe alles im blick hier ich habe alles im blick boah fünf minuten angefangen und schon gehangen sowas liebe ich ja das weg direkt hoffnung ist sie bei euch hier ist jemand am arbeit ich habe irgendwie aufgehört zu summen ganz plötzlich hat ihr aufgehört zu summen aber ihr habt noch herz klopfen nee immer mal wieder und dann wieder nicht mehr irgendwas irgendein krasser perk bestimmt oh den hast du wieder jetzt muss er strugglen der ist im keller oder ich weiß es nicht nee wieder in der mitte ich bin so kacke manchmal was hast du gemacht ja es gibt generator ist explodiert hat die mich nicht gesehen das kann nicht wahr sein nein ohne explosion und den bei mit ja stimmt aber gut ich habe keinen herzkopf mehr sie ist nicht mehr hinter mir okay ich versuche immer jemandem entgegen zu rennen damit ich auch sie ist hinter jemandem her okay warte ich halte ich mal weißt du wo du ich bin okay ich hoffe nur dass sie mich nicht gesehen hat doch da kommt sie verstecken scheiße sie ist schon wieder hinter mir her sie geht ins haus also hier holt sich eine axt raus ja ich bin hinterm baum ich sehe das okay sie kommt in deine richtung und sie hat dich gesehen sie habe ich gesehen fuck ja scheiße nein okay ich habe na jetzt wäre die gelegenheit mich abzuhängen ich bin ja genau in die arme gelaufen ich bin halt jetzt fast auf der anderen seite hoffentlich hängt sie dich nicht so weit weg dass sie uns beide im blick halten kann scheiße 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 jetzt mach schnell ab schnell schnell ich wickele ich wickele ich wickele ah ne ok sie kommt zurück die kommt zurück die kommt zurück genau gegen euch geht genau nach hinten weg ja irgendwer hockt da ich weiß nicht ob das so klug ist das ist die kapna ich renne noch also ich wollte gerade sagen wenn es nicht klug ist dann bin immer ich die ist wieder bei mir ihr könnt so langsam in meine richtung kommen die hat aufgegeben euch hinterher zu hören ok ich heil mich noch schnell ok ich komme dann mal in deine richtung die ist auch nicht mehr bei mir ich höre gar nichts mehr die hat an mir vorbeigelaufen die kommt glaube ich in deine richtung lasst du da irgendwas aufpassen dann lauf mir jetzt am besten hinterher wegen heilen ok wo läufst du denn hin siehst du dann ich weiß es selbst noch nicht ich höre keinen zoom ja ich aber mhm und jetzt habe ich sogar Herzklopfen ja Vorsicht versteck dich einfach irgendwo ja das hat nicht so ganz funktioniert na du hast noch nicht gehangen ja das stimmt ja die hebt mich aber nicht auf ich weiß dass ich noch die irgendwo bin bestimmt jetzt hebt sie mich auf machst du nebenbei zufälligen Generator ja ich hab auf der anderen Seite auch einen angefangen der war schon fast bei der Hälfte würde ich sagen ich hoffe die sieht mich jetzt nicht ich glaube bei dem war ich die ist auf jeden Fall noch hinter mir oje 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 ich hab noch Herzklopfen der Generator ist gleich fertig vielleicht kommt sie dann so 3 2 1 ja ich glaube sie ist weg ich glaube sie kommt in deine Richtung schon ach ne ich hab aber noch ich höre noch das Summen ja komm schnell weg ja komm nein ich bin tot in welcher Richtung bist du jetzt gelaufen? scheiße die lässt mich liegen die sind hinter dir her oh nein die ist eine Sackgasse jetzt hebt sie mich auf ich bin durch Leute scheiße ich hab noch einen zu mir wo bist du denn? ja das ist schon ja gute Richtung da bei dem Generator der noch nicht gemacht ist? ne ne da nicht ich schruggl doch nicht ach was ich ach krass jetzt schrugglst du ich leb ja noch haha ich dachte ich werd's fort und was macht die Alde? ihr kommt in eure Richtung oh ja sie kommt das gibt's ja nicht die hat mich schon wieder das gibt's ja nicht fängt lieber den Muß ab ok nein nicht an mir vorbeirennen scheiße scheiße das hab ich nicht geschah als ob ihr euch jetzt nicht beide bekommt wenn da zwei so verletzte herlaufen ich wusste ehrlich dass du da bist ich hab dich zu spät gesehen scheiße ich bin jetzt durch ja aber ich hab gut gekämpft das gab gute Punkte ja das ist gut hebt sie dich auf? sie kommt jetzt ja sie hat sie kommt zu mir auf jeden Fall aber sie ist über mich drüber gelaufen ah jetzt hat sie mich oh mein Gott scheiße sieht einer von euch die Luke ne Kapna du bist ja nicht tot ne? ne ich bin noch nicht tot sie läuft auch gut weg oh jetzt muss ich kämpfen wo läuft sie hin? äh in Richtung des Hütchens ich seh sie jetzt grad nicht mehr also hinter dir? ne vor mir also von ihr ah nicht das Hütchen sondern das hörst du Summen? im Gebäude ne grad nicht ich hake dich jetzt ab ah jetzt hör ich so rum fuck aber sie hat mich getroffen oh 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 wie das geflogen kam ja ja wenn du jetzt hängst äh ist es vorbei? ja nein nein ist es vorbei oh ja geil oh je die hat mich gleich die hat mich gleich sie hat mich gleich dass sie nicht mal wirft oh oh na das war knapp カップna es kann sein dass sie dich gefunden hat ne die macht deine Palette grad kaputt glaube ich Ok. Ich hab aber Summen. Ja, die ist nicht mehr hinter Sarri. Vielleicht gleich wieder. Heil dich mal selber. Oh, die kommt von hinten! Scheiße, ich sehe euch da hinten. Scheiße. Oh oh, die wittert mich. Oh, die ist jetzt masochistisch. Ich hätte jetzt eigentlich so dreist sein müssen und zu Kappner rennen müssen, aber... Die hat grad richtig ihre Tonspur gewechselt, so... Von dieser hohen Stimme weg. Richtige Holzfäller braut. Findet sie mich nicht, oder was ist los? Ja, die rennt über die Tür doch jetzt. Die wartet einfach nur, dass du gerettet wirst. Ah, ja, das hat sie nicht. Verdammt, der Scheiße. Ich würde sagen, such die Luke. Ja, fang schon mal an zu suchen. Fuck, hier ist ja eine Sackgasse. Die hatte ich doch grad 100 pro gesehen, oder? Hier, schau ich noch ein paar Raben auf. Luke! Oh, dieses Bling. Haben wir gerade was geflogen? Nein, das war das Bling von der Tür. Achso. Scheiße, jetzt finde ich die wieder eh nicht. Ich hab denn jetzt so einen Schlüssel gefunden. So einen Hauptschlüssel? Ja, da war irgendwie so Musik vorne, vor mir auf dem Boden. Das war total seltsam. Da hab ich geguckt und da lag da ein Schlüssel. Hm. Tja, hier war letztes Mal die Falltür. Ah, die ist schon mal leise. Du bist durch, glaube ich. Oder? Boah, die hatte ich nicht gesehen. Alter. Ich hab grad auch gedacht. Ich dachte grad, ich dachte einfach vorbei. Der letzte Stündlein hat geschlagen. Okay, manchmal kann die Luke hier drin sein. Ist sie nicht? Ist sie nicht? Scheiße. Ja, ja, die weiß genau, wo du bist. Warum weiß die das so genau? Hat die, was für Perks hat die denn drin? Ich glaub, die hatte eine, aber ich hab nicht gelesen, dass sie vor allem. Ich hab auch keine Ahnung mehr. Boah. Scheiße. Oh. Verdammt. Warte. Warte, ich guck mal grad, was für ein paar. Naja, ist auch... Der Haken ist kaputt. Dass das mit dem roten Flag verschwindet. Ach, der rote Flag ist mir in der Hauptstadt. Ah, deswegen hab ich die eben auch nicht gehört. Ja, deswegen hab ich die wahrscheinlich auch nicht gesehen, als sie von hinten kamen. Ja. Ja, war doch ne entspannte Runde, würde ich sagen. Da hab ich nämlich erst das Grund gesehen, als sie schon geschlagen hat. Ah, ich hatte, glaub ich, Party-Luftschrank dabei. Genau, bekommen Bonuspunkte. Yeah. Stimmt. Ja, wenn ich übers Gurt bin, dann immer für Party-Luftschrank. Der, der, am Anfang von uns hat richtig viele Perks gehabt schon. Naja, ja. Ist sogar ganz gut eigentlich. Naja, es war uns ein Jumbo-Plezier, vielen Dank. Ja. Tschüss.